Union Berlin will den Auswärts-Dreier in der Schicko-Arena, also in Ostwestfalen, bei der Arminia. 44. Spielminute, Akaki Gugia, sehr aktiv da über rechts, dann Grischa Prömel, der die Kugel unterbringt im Kasten zur 1-0-Führung auf Fremdenplatz für Union Berlin. Jetzt haben Sie dreimal in Folge Union gespielt, einst sich Union so ein bisschen ein. Droht da die Gefahr? Wieso? Wir haben ja auch dreimal nicht verloren. Also von daher sind wir ja noch ungeschlagen.